Nimm nur die erste, dreh sie ihm hin. Kannst du alles gut sehen? Ein Pino. So, was ist denn deine Aufgabe? Und höre, und höre. Ich möchte so gerne in die Schule, das Däntchen, und dich mal in die Schule zu sehen. Genau, ein Picser, genau. Und das brauchen wir morgen zum Basteln. Hast du schon eine Idee, was das werden könnte? Äh, nein. Eine Frau, die dann auch uns findet. Und dort melde ich mich, dann siehst du auf den Appet, auf den Grab 4. Na, danke. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich mach mal kurz das Licht aus. Tschüss, Jörg. Tschüss. Tschüss, Jörg. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.